Willkommen zur nächsten Folge Portal 2 Coop Ja Mit Werwolf 2,5,5,6 und jedes Mal Stimmt das, das habe ich in der ersten Folge gar nicht gesagt, wer da eigentlich mitspielt Wer bist du denn eigentlich? Wer bist du denn eigentlich? Keine Ahnung Das ist der Typ aus den GTA-Streams Der Wiener, der Dumme Der Dumme Der Dumme Das ist der Portal dort hinten Hier Genau, das gibt es in der Zock Du sitzt der Portal dort hier, statt dem da Ah Das bringt uns nicht frei Du musst der Portal doch, bringt uns schon frei Weil ihr jetzt seit Wenn das Portal sitzt, dann ist weg Hm Okay, zum Beispiel Dohy Chill kurz Das diste Druck Und jetzt diste Und jetzt diste Und jetzt gehen wir wieder weiter Das ist so gut hier Jetzt sitzt die Dohy Dohy Erst jetzt sitzt Ok ok und du rennt nie, genau ah und jetzt hat uns das Lust gebraucht da ist der Ausgang yeah ja Kratzeis, aus der letzten Folge yeah boah, ich muss da mal ganz kurz noch die WhatsApp Gruppen von unserer Klasse auf stumm schalten, weil die so ätzend sind mhm die kapieren einfach gar nichts gut, dass ich da schon seit Ewigkeiten mhm geläftet bin mhm gute Idee ok so hab ich schon überlegt ja, aber dann ist überhaupt keiner mehr da der irgendwie ja, lass die ganzen schlauen Menschen aloha und übrigens hallo Herr Hector genau liebe Grüße an Herrn Hector warum er nicht, ne ah, das war schlecht so na, irgendwie doch schül haha na, man so geht's ja, genau, du musst jetzt so vierig gehen und den fangen ja, müsste die schon, ne Achtung hui, hallo yeah wo muss der jetzt hin? ähm 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 entmitten ach chill, das mach jetzt ich du kannst das nicht ok toll geh mir weg dort geh mir weg geh weg geh weg geh weg mag aber nicht doch ach, das magst du schon weil jetzt so mach und nein, musst du machen ok schleee so, jetzt gib mir den Ball wo ist der Ball? ne der hätte auch bei mir nimmer müssen ähm da super ja, wir haben mir das voll draufgefallen ich bin nicht da groß geschissen der Ball hätte auch bei mir nimmer müssen scheiße der Ball war gerade in dir drin uh ok ja, la ähm ähm are you broken? it looks like you're malfunctioning hui hallo ok hm ach so, warte so hätt's sein müssen und dann schnell umswitchen, oder wie? ich hoff's ich hoff's ha genau so ah wow sehr gut und das jetzt gleich nochmal juhu juhu jetzt musst das du machen, ja? warte, ich muss einmal komplett rum und dann musst du halt einmal da rum ja genau ja genau ja das ist nein das geht aber nicht ja das geht aber nicht vielleicht geht's ja so auch, vielleicht kann man da auch dagegen fahren ach chill warte naja was ist so und so, den kann ja ich sitzen so ja ungefähr ja und du sitzt dein store hier und sobald ich da dagegen gebracht bin boah chill warte noch mal ich muss mich komplett zurück noch mal ich muss mich von derer seiten das da hinklatschen mhm so ein bissl so so und sobald ich dann äh und dann sobald du dagegen sobald ich dagegen klatscht bin, musst du das umsetzen, genau bissl her da ihr Dings da bissl her genau Achtung das war zu früh schliiii schliiii erste gegen klatschen und dann umsetzen jetzt sollte das funktionieren, hoffentlich und los geht's nein schliiii das war extrem scheiße ja passt schon weil ich weiter groß ausgelaufen bin, obwohl ich schon oma gestanden bin mhm so jaaa hm was die pflanze keine was was pläne ok die pflanze verstanden also pflanze hm oh pflanzen genau schau mal hm schau jetzt so schwer aus hm just follow the arrows oh yeah wow und was gibt's da um ja wir haben nix, da muss man irgendwie weiter jumpen, wo es man kann ähm schau mal nach oben schau mal nach oben bissel nach links und jetzt nicht ganz so weit rauf und da jetzt rauf und da jetzt rauf und jetzt schau mal ob du da irgendwie eine plattform sitzen kannst, damit ich da auch rauf kommen oder ob du da irgendwie hinkommst oder so er ist jetzt da wo mein road sitzt, ist eins hier genau jetzt gehst du mal durch schau mal durch und wenn du willst das? ähm naa weil der rund ist einfach bloß äh was er das kaputt macht und da ist einfach gar nix hm warte du kannst ja bei mir etwas zuschauen oder musst du denn auch mal durch sein herkommen 8 schimmel kurz genau so wunderbar genau und jetzt muss ich da mein dunkelblau setzen und jetzt das ist lustig oh scheiße ich weiß nicht ob man es schaffen kann aber ich glaube schon natürlich kann man es schaffen so herr portal und da unten ist ja du musst mir irgendwie schwung holen und dann doch hier was schon acht schimmel wird mein portal sitzt sie jetzt immer mehr haben wir da obi da muss ihm 1 du musst dein store besitzen und dome und dann genau du musst deine rosen weg machen glaube ich oder genau und jetzt tue ich mal raus weg oder mehr gabs ich will mal fahren wir mal da beide rein au nein ich bin doch immer gegen das ding geflogen aber warte ha ha sechste das wunderbar und jetzt jetzt pass auf jetzt druck am besten tab und schau mir an was ich jetzt mach denkst du das du schaust mir und du machst irgendeinen tanz schau mir das scheiße jetzt hab ich das so episch gemacht das war schön deswegen gab es den link wie der oberge klotz reis packen ich kann das immerhin aloha ja fast ohne die das war so pure epic mess so vor der tanz davor und sowas das ist gut fügiger tier k rechtzeitig auf auf und vor der Gegend bei der einkaufstil von einem super genau wenn die super putze dann wenn man nicht dass die Türen sagen dann lauf bevor die Gegner so der moped bei den U-N-O-S-A-R-O-M-E-G-E-T-N-O über die über die Prozent Prozent Schaumung ist der Nürnberg und es schaut sehr einfach aus die mit dem Geld mit so wenig Sorgen und dann ist es am schwarzen glaube ich Stimme Ja. Au. 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 Kippt man überhaupt durch. Aha. Okay. Der okay. Ja, ist okay. Wow, das ist ja direkt sinnvoll. Du musst so drüben da eins noch hier sitzen. Oder wir machen es einfach so. Hallo. Ähm. Hallo. Tschülmei, warte, 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 bleib dort wo es bist. Tschül, bleib dort, bleib dort, bleib dort. Jetzt hat es auch gett. Alles im Griff. Im Griff, ja. Ah, jetzt. Ich bin woanders. Ja. 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 Warte, ich habe ein Ding noch dabei. Ein Ding? Ja. Ich müsste wieder da oben hinsitzen. So plopp. Und. Da. Irgendwo. Ich mag da. Hallo. Haha. Oh mein. Ah, fast. Fast. Hättest geschafft. Fast. Ah. Ich habe es auch fast geschafft. Wow. Genau. Das ist ja direkt fast praktikabel, was ich da mache. Du musst ja dort hinten da eins wieder hinsitzen. Da hinten. Ja. Und jetzt einfach dort ergehen. So. Geht. Ach. Das geht nicht. Achso. So. Mensch. Oder Stunden gedauert. Aber so schon. Ähm. Bitteschön. Bitteschön. Ähm. Oh. Okay. hier. Das schaut wieder lustig aus. Hm. Nicht ganz. Ah. Da muss man anlaufen immer. Und dann. Weiß ich nicht genau. Genau. Hol mal denkt. Ach. Chill mal. Warte. Man muss. Jaja. Schon verstanden. Fast. Bisschen. Zumindest. Ui. Genau. Und du sitzt da um uns hin. Uh. 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 Schauen wir ganz blöd. Oh ja. Aha. 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 Und jetzt musst du. Das war das Verkehrte Portal. Jetzt musst du. Na moment. Ähm. Du musst jetzt da um. Kannst du da um uns auf das. Na. 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 Aber was ich machen kann ist da unten das Wort portal sitzen. Das bringt aber gar nix. Na. Da muss ich wieder zurück. So. ja schau her so 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 spring da oben da unten ist auch noch was genau jetzt gestern wieder chill gestern jetzt setzt du das zweite wieder hin genau jetzt geht's das blöde ist jetzt musst du das für mich machen was ich da gemacht hab chill noch kurz ich muss jetzt erstmal und wenn die muss erst mit aufer du musst jetzt dort ans her setzen du musst bitte um die ton oder die sitzen damit da und einmal so und jetzt machen wir jetzt wort daher jetzt noch immer jetzt wort du und du musst mir jetzt dort abholen ja nein ich bin zwei gesprungen aber es ist fast egal passt und und du musst hier und du musst hier sitzen und du musst hier sitzen und du musst hier und du musst hier in der stelle und ich habe es gereist das wäre wie mich nicht zu testen und du musst hier das wäre spannend So, heute mal eine längere Folge und ja. Fui, guys. Fui, guys. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Servus.